Im Alltag Muskel zu trainieren ist gar nicht so schwierig. Insbesondere wenn man Übungen sich heraus sucht, die den ganzen Körper, die Stabilität des gesamten Körpers trainieren. Denn gerade die Stabilität kommt ja aus der Körpermitte heraus. Und die ist wichtig für all eure Bewegungen und insbesondere auch für eure sportliche Leistungsfähigkeit. Wenn ihr also etwas für eure Stabilität und eure Fitness tun wollt, dann denkt doch mal über das Brückenbauen nach. Brückenbauen heißt also, dass ihr mit dem gesamten Körper eine gerade Brücke, Linie baut. Zum Beispiel, wenn ihr den Seitstütz macht, wenn ihr den Rückwärtsstütz macht, wenn ihr einen Liegestütz macht beispielsweise, dann stützt ihr und baut den Körper wie eine Brücke auf, müsst ihn aber komplett anspannen, um diese Brücke halten zu können. Das ist ein Ganzkörper-Training par excellence. Und wenn ihr diese drei Übungen mal zwischendurch macht, seid ihr in drei bis fünf Minuten, maximal in zehn Minuten, wenn ihr drei Sätze davon macht, fertig.